Ja, hallo, liebe Zuhörer. Wir haben dieses Jahr beschlossen für United Keys 2023, dass jeder mal seine Kreativität ans Tageslicht legt. Ja, wie gesagt, die letzten beiden Jahre hatten wir ja Notenvorlage von Heidrun und diesmal hieß es eben halt, seid kreativ, lasst mal die Tasten sprechen. Ja, das heißt komponieren. Ja, wer hat denn Ahnung von komponieren? Wir auf jeden Fall nicht. Naja, glaubten wir jedenfalls. Naja, und wenn man dann die ersten beiden Tasten drückt, die dritte Taste drückt und dann plötzlich, hm, es entsteht eine Melodie. Ja. Ja, dann den passenden Style noch gefunden. Ja. Und schon hat man dann in dem Sinne eine eigene Komposition. Also die ganze Hilfe, die jetzt von United Keys gewesen ist, von Heidrun, von Alois und von einigen anderen, also das war verblüffend. Und deswegen muss ich ehrlich sagen, danke nochmal an alle, die uns so unterstützen bei diesen Projekten. Und wie gesagt, ich bin auch stolz, wieder bei diesem Projekt dabei zu sein. Ja, ich habe mich entschieden, einen Walzer zu komponieren. Komponieren, ja, wie man das so nennt, ne. Naja, und wie gesagt, ich hoffe, ich kann euch definitiv mit meinem Walzer begeistern. Ja, dann wünsche ich eigentlich euch nur noch viel Spaß beim Hören und wir hören uns und sehen uns nachher nochmal wieder. Alles klar. Dann viel Spaß beim Einwalzer. Still kann euch einfach ausprobieren. Ja, dann vielleicht alles будет. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020